So, GTA, nein, Chat, ich hab was Besseres für euch. Ich hab was Besseres für euch. Wir werden uns jetzt nämlich, und da muss ich ganz kurz gucken, wie ich das Video finde, wir werden uns nämlich, nochmal kurze Frage an alle Leute, die hier gerade zuschauen, wer von euch hat, Moment, wer von euch hat dieses Video gesehen? Mit diesem Bruder? Ja, ja, und dann geh ich runter und schalte. Haben wir alle gesehen. Und wir alle sind uns, glaube ich, einig, dass wir diesen Bruder lieben, als wäre es unser eigener Sohn, okay? Sind wir uns, glaube ich, alle einig, Digga. Brauchen wir, glaube ich, nicht drum herum reden. Jetzt hat mir gestern der Bruder aus dem Video bei Insta eine Nachricht geschickt und ich lese sie euch ganz kurz vor. Jetzt hat mir der Bruder bei Insta geschrieben, und zwar schreibt er Servus Moji, ich hab heute mein erstes Video hochgeladen. Kannst du dir ja mal anschauen und ein Like da lassen. Wäre cool. Hier ist es, Digga. Der Vollstrecker, der Allechte. Hab mein erstes Video hochgeladen. Und kannst dir mal vorbeischauen und ein Like da lassen. Wäre cool. Ich hab gesagt, sehr nice, schau es mir dann im Stream an. Also, wann bist du live? Danke, Moji. Bin auch dabei. Und Bruder, falls du hier gerade dabei bist. Ich grüße dich, mein geliebter Sohn. Ich muss nur ganz kurz seinen YouTube-Kanal finden. Ich bin gespannt, was der jetzt macht. Ob der MotoVlog macht, oder ob der, ob der, ob das so ein Zusammenschnitt ist. Okay, okay. Hier ist das Video. Das sieht mir nach einem Zusammenschnitt aus, Digga. Das sieht mir nach einem sehr süßen Bild von uns beiden aus, Digga. Auch ein wilder Effekt auf dem Thumbnail. Nice, okay. Wahnsinn oder Leidenschaft, heißt das Video. Hier ist schon mal sein Kanal. 176 Abonnenten. Nicht schlecht. Okay, ich hab keine Ahnung, was uns hier erwartet, Chat. Ich hab absolut keine Ahnung. Wir gehen einfach rein, Digga. Wir gehen einfach rein. Let's fucking go. Oha, Intro auch, glaub ich. Nice. Jetzt sag nicht, das ist ne Dia-Show. Danke. Ich glaub, das ist ne Dia-Show. Bam, Effekte! Cooler Help! Ich glaub, das ist ne Intro, Chat. Ich glaub, das ist nur das Intro, oder? Bruder. Einfach in einer Vollkombi. Der Bruder ist auf dem Weg. Valentino Rossi auf dem Weg zur Rennstrecke, Digga. Oh, süß. Das war er, als er jung war, als er noch klein war, Digga. Guck mal, wie süß. Damals schon auf dem Motorrad gesessen, der Bruder. Mit Style. Oversized Hand, Digga. Grünes Bike. Auf der Wiese. Auch wilder Übergang mit den Mundküssen. Chat, seid ehrlich. Bis jetzt. Video. Zehn von zehn. Ich weiß ja bis jetzt nicht, ob das das Intro ist, oder ob das das Video ist. Bis jetzt, Chat. Meinung zum Video. Mit zehn, Digga. Das ist Content. Jo, was ist das? Was ist das? Ist das ein Schnee? Schnee, äh, Schneepflug? Was ist das? Vor allem, was ist das hier hinten dran? Eine Schubkarre, Digga? Alter! Das ist grad einfach, äh, das Motorrad explodiert. Chat. Eine drei in Chat, wenn ich dieses Chätzchen noch fahren soll, Digga. Drei in Chat, wenn ich mit dem Ding noch ein Video machen muss mit ihm. Bro, der sieht schön aus. Angel Eyes. Einen Hund hat er auch, süß. Boah. Da bin ich! Das sind wir, Chat. Das ist die Überwachungskamera, als ich das Video gedreht hab. Das bin ich. Guck, wie glücklich er ist. Das ist die Überwachungskamera. Oder einfach ein 180 Drift. Danke. Bis jetzt, Chat, würdet ihr sagen, das ist besserer Content und mehr Content als bei mir in meinen Videos? Ja, bin ich aber auch bei euch, Digga. Bin ich bei euch, Chat. Hot. Yeah. Spongebob. Ey, Chat, wirklich, Digga, ich finde das Video einfach, es ist einfach, wer gegen dieses Video irgendwas Schlechtes sagt, der ist in meinen Augen einfach abschauen, Digga. Das ist einfach, der hat das mit so viel Liebe gemacht, der Bruder. Der hat das mit so, ich will nicht wissen, wie lange der an dem Video saß und die ganzen Effekte da reingemacht hat, Digga. Der hat das mit so viel Liebe gemacht. Mit Liebe und Leidenschaft. Auch Outro gut gewesen. Chat, ich sage euch ehrlich, Digga, geht bitte jetzt auf dieses Video, ich klatsche den Link in den Chat und lasst ein Like da, Bruder. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Das war einfach Content, Digga, der muss geschätzt und geehrt werden, Bruder. Ich schreibe einen Kommentar. Ja, man merkt, wie viel Liebe du da reingesteckt hast. Mach weiter so. Komma, cooles Video, kommentieren. So, bam. Meckere, schnauze, Chat. Ey, Chat. Danke. Ich bin der Meinung, boah, 303 Abonnenten, Bruder. Ich bin der Meinung, Chat, dass der Bruder, und das meine ich jetzt ernst, der Bruder hat wirklich Potenzial, einen geilen YouTube-Kanal zu machen, Digga. Ich würde dir bloß raten, weil ich weiß, der guckt wahrscheinlich gerade zu, Vollstrecker, Bruder, Vollstrecker, Abi, tu mir den Gefallen, Bruder, und mach beim nächsten Video ein Wie, also das nächste Video bei dir müsste sein, das ist jetzt nur mein Rat, du kannst natürlich machen, was du willst, Digga, aber ich würde es unnormal feiern, und du siehst ja hier den Chat neben mir, ich würde es unnormal feiern, Digga, wenn du ein Video machst, wo du ein bisschen deine Motorräder erklärst, Digga, wo du einfach vor der Kamera stehst und es muss gar nicht mit einer teuren Kamera gefilmt sein, und wenn du willst, Digga, dann schreib mir jetzt auf Insta, ich komme vorbei, ich filme das von mir aus mit meiner Spiegelreflex, ich bete dir an, Vollstrecker, ich filme mit dir dein erstes Video, also ich bin dein Kameramann, du stehst vor der Kamera und ich filme mit dir dein erstes Video, Digga, bete ich dir an, wenn du das möchtest, komme ich vorbei mit meiner Kamera, Digga, und ich glaube, die Leute würden es fühlen oder feiern, wenn du Videos machst, wo du vor der Kamera stehst, Digga, ein bisschen was erzählst, ein bisschen redest, würden die Leute, glaube ich, fühlen, Digga. Du könntest vielleicht eine Videoreihe machen, wo du in dem einen Video die Ape zeigst, ein bisschen was darüber erklärst, vielleicht auch ein bisschen rumfährst mit der, oder dich fahren lässt, oder so, I don't know, sowas in die Richtung würde ich, glaube ich, würde ich, glaube ich, echt fühlen, Mann. Ja, danke. Wie Vater und Sohn. Chat, seid ehrlich, na ach, den Chat, wenn ihr euch ein bisschen auch fühlt, als hättet ihr, müsstet ihr Alimente zahlen für den Bruder. Ein bisschen ist er auch unser Sohn, von uns allen. Ein bisschen ist er schon der Sohn, Digga. Danke. Gutes Video gewesen. Und der Kanal hat jetzt schon 366 Abonnenten, Bruder, und 1800 Aufrufe. Holy Shit. 15981 Likes. Gottverdammte Scheiße, Bruder. Gottverdammt. Liebe in den Chat, wie von Schrecker, und Liebe für euch in den Chat, Bruder. Ihr seid, ihr seid wirklich süß. Das ist eine süße Aktion von euch. Das war eine sehr süße, sehr süße Aktion von euch, Digga.